Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Diesmal direkt von der Nordsee Christi. Heute ist das Kreuzfahrtschiff, mein Schiff 3, hier in Coxhaven angekommen. Es hat viele Mitarbeiter der Kreuzfahrtrederei an Bord und bringt diese hier an Land, damit diese in ihre Heimat zurückkehren können. Hauptsächlich die Philippinen. Ich werde dann jetzt gleich mal meine Drohne starten und versuchen in die Nähe des Schiffes zu kommen. Viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns in meinem nächsten. Bis bald, euer Matthias. Bis bald, euer Matthias. Bis bald, euer Matthias. Untertitelung. BR 2018 Das war ein erster aufregender Flug. Ich werde gleich nochmal in die Luft gehen und versuchen von der anderen Seite das Kreuzfahrtschiff auch noch drauf zu bekommen. Ich freue mich, dass ihr noch dabei seid. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kinos Kinos These distance for Kinos Kinos, Kinos, Kinos I'm getting closer So, das war dann also mein Video von der Mein Chef 3. Ich hoffe es hat euch gefallen. Mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht hier zu fliegen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis bald, euer Matthias. Bis bald! Bis bald, euer Matthias. Bis bald! I'm longin' hurts like a...